Ja, hallo, ich bin von den Ulmer Betontagen wieder zurück und was soll ich sagen, also war ein super Tag und ja, kann man jetzt viel berichten, aber es war ein Faktor, der dabei, der mich störte oder sozusagen nicht mein Gedankengang ist, wie ich die ganze Situation einschätze. Es geht natürlich um Einbauteile und das möchte ich euch mal schildern. Wir stellen uns einmal vor, hier sind drei verschiedene Hersteller, zum Beispiel gibt es ja x-beliebige und jeder hat andere Einbauteile zur Verfügung, möchten aber, dass diese Einbauteile möglichst toll überall in den CAD-Programmen, also sprich in den Autos, verbaut werden. Jetzt ist der Gedanke von den Herstellern, das habe ich gar nicht gecheckt, also laut Hersteller ist der Wunschgedanke oder die Komplettlösung, dass der Hersteller hat sein Einbauteil, dann wird das jetzt außerhalb über eine Bibliothek oder über einen Generator digitalisiert und dann über ein Zwischenformat abgespeichert. Und dann soll das in jeden CAD-Programm passen, weil jedes CAD-Programm ist ja komplett gleich aufgebaut. So ist der Wunschgedanke und so gibt es natürlich ein paar Produkte auf dem Markt, die ich gar nicht konkurrenzfähig sehe, weil dieses System aus meiner Sicht, das ist meine Meinung, nicht funktionieren kann. Das ist genau der Unterschied, den ich deswegen anbiete. Für mich ist es hier der Hersteller, der hat hier seine Autoreifen, dann gibt es den Generator direkt im CAD-Programm und dann kommt das Produkt auch dementsprechend perfekt raus für dieses CAD-Programm. Das möchte ich jetzt auch mal zeigen, denn ich wurde immer gefragt, was mein Austauschformat ist. Ich habe kein Austauschformat. Es gibt kein Austauschformat, denn meinen Einbauteil muss man nicht austauschen. Schauen wir uns mal hier zwei Dornen an. Ich habe jetzt einfach eins heruntergeladen, ist auch egal von wem das ist und das ist jetzt ein Schubdorn oder Querkraftdorn von mir. Jetzt ist das eine von einem Austauschformat, ich weiß nicht, das Austauschformat soll ja der Hit sein und das ist jetzt das Austauschformat. Also ich kann es weder auswerten noch irgendwas damit anfangen. Also es schaut ja sowieso im Grundriss grässlich gerade bei mir aus und das ist mein Einbauteil. Hier eine 2D-Folie und hier in 3D gut erkennbar und sichtbar. Aber das ist jetzt nicht ein Einbauteil, sondern das ist der Generator selbst. Das heißt, jedes Einbauteil ist der Generator selbst und es ist nicht nur ein Einbauteil, sondern daran haben wir sofort die Information, um was es sich hier handelt. Wir haben nicht nur das Einbauteil, das wir auswerten können, sondern wir haben auch sofort den Zugriff zum jeweiligen Hersteller oder zum aktuellen Handbuch, das hier geöffnet wurde. An diesen Einbauteilen hängt nicht nur das Handbuch, sondern auch gleich der Link zum richtigen Ausschreibungstext. Hier ist ein Kurztext vorhanden, ein Langtext und alle Parameter sind jederzeit änderbar. Jederzeit. Also es ist nicht nur ein dummes Einbauteil von irgendeinem Austauschformat, das von außen kommt, sondern der Anwender kann es selber bearbeiten. Und ich weiß, dass mit der Bemessungssoftware auch, ja, aber ich möchte von der Bemessungssoftware direkt ins CAD-Programm, ja, was ist mit den ganzen konstruktiven Einbauteilen? Muss ich dann zum Ingenieur gehen und sagen, ja, bitte generiere mir doch mal alle Höhen für alle Rückweganschlüsse in einem ganzen Geschoss. Dann sagt der Ingenieur, ich glaube bloß ein Vogel. Dass die Schnittstelle darf aus meiner Sicht nicht außerhalb vom CAD-Programm liegen. Und genau deswegen gibt es die Supports. Man kann hier noch so viele Dinge einstellen, die man hier sieht und das ist der Vorteil, den ich biete und nicht ein, aus meiner Sicht, Entschuldigung auch für den Ausdruck, für ein dummes Austauschformat, das von außen herkommt. Ja, natürlich kann ich meinen Einbauteil genauso exportieren wie dieses hier, aber man muss es nicht exportieren, denn es ist hier perfekt zugeschnitten. So viel zu meiner Meinung. Wenn ihr natürlich anderer Meinung seid, dürft ihr das gerne kundtun. Das ist, wie gesagt, das ist meine Meinung und ja, ich freue mich trotzdem über den Austausch. Servus, euer Peter.